Das Fantastische hier am Shark Beach ist, man hat wirklich das Gefühl, dass diese Tiere Körperkontakt suchen. Also wirklich, sie kommen wirklich an einem Raum, sie wollen an einem Raum kommen. Ich glaube, das hast du auch gespielt. Bei einem Weibchen habe ich das ganz klar gemerkt. Die kam immer näher und näher, ist immer wieder auf ihrer Bahn an mir vorbei, immer mit der linken Seite. Und ich habe gesehen, die hatte auf der linken Seite, auf den Kiemen, hatte die einen Parasit. Und ich habe mich daran erinnert, am allerersten Tag hast du erzählt, dass du mal so nah an so einem Tier ran warst, dass du mal einen Haken lösen konntest. Und ich dachte mir einfach nur, ich habe das in dem Moment so Wahnsinn gefunden, als du mir das erzählt hast. Und dann habe ich gedacht, vielleicht will die das ja auch von mir. Und habe mal langsam versucht, mich auch ihr zu nähern. Das war ein bisschen scheu am Anfang, aber es ging immer mehr. Und mit jedem Mal, dass sie kam, kam ich näher ran. Und irgendwann konnte ich das, obwohl es ja auf den Kiemen ist. Und das ist ja wirklich ein sehr empfindlicher. Und konnte danach greifen, ein, zwei Mal noch weggerutscht und konnte dann tatsächlich den Parasit entfernen. Und das war für mich der absolute Wahnsinn. Sie schwamm dann weg und ich konnte gar nicht mehr sehen, was war. Aber direkt am nächsten Tag habe ich gemerkt, genau sie kam wieder zu mir. Als würde sie sich bedanken, kam immer näher zu mir, kriege ich Gänsehaut, wenn ich das gerade erzähle. Das ist fantastisch. Und das ist der absolute Wahnsinn. Und die hat richtig langsam, wenn die an mir vorbeischwammen, schwamm sie viel langsamer. Ich konnte einfach berühren und es war überhaupt keine Hemmschwelle mehr zwischen der Haie-Mensch-Interaktion. Das war einfach Wahnsinn. Absolut. Solche Momente lassen die Haie in einem ganz anderen Licht erscheinen. Wenn wir schauen, was die Medien immer so darüber schreiben, diese instinktgetriebene Fressmaschine. Und plötzlich hast du ein Individuum, das den Menschenkontakt sucht, weil sie sich selber diesen Parasiten nicht losschürfen kann. Und sie braucht dich jetzt eigentlich und sie versucht, dass du es verstehst, was sie eigentlich will. Ich glaube, das ist fantastisch. Ja. Ich glaube, das ist fantastisch. All the way from the bars. Ich habe ganz viel Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Jungs. Der absolute Wahnsinn war ganz toll. Cheers. Cheers. Ja? Super. Komm, bitte. Es geht ruhig. Vielen Dank. Ciao. Vielen Dank für's Zuschauen! Vielen Dank.